Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der heutigen Sportschau. Ein Wochenende mit Höhen und Tiefen sowie viel Emotionen. Wir schauen direkt auf das wichtigste Spiel des heutigen Tages. Das Entscheidungsspiel für den Klassenerhalt der Oberliga, Freiburger FC gegen Heidelberg-Kirchheim, viel Spaß. I was lost, now I can see it in this cold, cold world. Was geht, meine Peeps? Also heute, wie ihr seht, wir gucken heute die Fußballspiel an. Rat mal vom Weh. Von der wahre OG, Siddiqui. You get me? Siddiqui. Also heute ist ein wichtiges Spiel für den, also ob er Oberliga bleibt oder nicht, weil ihr wisst doch, Siddiqui spielt in der Oberliga. Und ihr wisst, Oberliga zu bleiben hört auch gut an und ist auch gut für dich, wenn du irgendwas erreichen willst. Erstens. Zweitens, wir sind jetzt in Freiburg. Ihr müsst euch vorstellen, Freiburg. Also in der Nähe. Wir sind irgendwo in Baden-Baden, glaube ich. Bockt. Also hier ist keine gute Umwelt, also doch gute Umwelt, aber ich würde niemals erleben, weil es zu langweilig ist. Es ist wirklich zu langweilig. Wir schauen jetzt das Siddiqui-Spiel an. Also hoffentlich gewinnt er. Wenn er verliert, schlacht er eh aus. Aber easy. Jackson Wright. Easy. Also, wie man sieht, hier sind so viele Menschen. Okay, so viele Menschen, das sind in der neuen Seele. Wow. Das ist wirklich krass. Also, und ich muss vorstellen, das ist gerade nur aufwärm. Wir werden ein Spiel sein. Hoffentlich wird mehr Leute, mehr Motivation. Aber ich finde, da sind voll viel gegnerische Fans, so wie soll ich jetzt mal sagen. Aber jetzt gucken wir jetzt kurz, das ist aufwärm. Also, ich will kurz Prediction machen. Weißt du, mein Spiel, jetzt kurz Prediction sagen? Ich glaube, es sind so Auswahl. Erste Minute, die bekommen Ball, Gegner, die machen Tor. 1-0. Dann, machen die wieder ein Tor, machen die 2-0. Und dann nach Halbzeit, die geben Energie, die geben 3-2. Endstatt heute 3-2 für Kishai. Frag ich jetzt schon. Jetzt schon. Jetzt schon. Aufgetreist! 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 Jawohl! Genießt es, Männer! Genießt es! Aber eine Sache, vergiss nicht jetzt, jetzt, zu liken. Vergiss nicht zu liken. Wenn ihr nicht likt, macht uns jetzt, liken. Watsch, watsch. Perfekt. Dankeschön. Tschüss doch. Alter, sieh, sieh weiter! Komm, komm, komm! Komm, sieh! Gut so, sieh! Alter, kein Fall! Hey, Schiri, heute Schiri wurde bezahlt. Schiri, ich gebe dir 50! Nein, Schiri, nein! Nein, Schiri, nein! Nein, Schiri, nein! Wenn er jetzt pfeift, ne? Der pfeift sogar, der macht zu Vorteil, Wallah! Das ist ein Mensch, Wallah! Gut so! Schuss? War es sein Schuss? Wenn es sein Schuss hat, das war schwach, Wallah! Das ist kein Oberliga-Spiel! Also, wie ihr gesehen habt, man sieht das schon an, sagt schon 1-0 gerade für den, aber ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich verliere keine Hoffnung. Guck mal jetzt, guck mal was sie macht. Also, irgendwie meine Motivation ist wieder runtergegangen. Aber egal, Sidiq geschafft es schon. Glaub mir, Sidiq geschafft es. Kaufen und verliere ich niemals. Guck jetzt! Guck mal, ey! Guck mal, ey! Ey, ey, Larry! Bring mal zu! Ich bin Katastrophe. Wir glauben, ich bin Katastrophe. Trainer-Katastrophe. Ah! Hier ist euer Future-Star. Bei Kierstein. Future-Star. Er wird Katastrophe sein. Ich habe nicht trainiert. Ich habe aufgewacht. Mein S-Prediction stimmt jetzt an. Fack den! Guter Ball! Zico-Ball, Färm! Ja, Junge! Zip auf! Nein, 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 nein! Yes! Rein, rein, rein! Rein, rein! Rein, rein! Kno! 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 Das山 hat den richtig Tochter gesehen, ist was zuletzt vor. Will steps beginnt zu bei dir. Kno! 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 Können wir mit dem einen? Keine Ou! Dage führt auf Hier ist jetzt drücken Bitke. Glaub mir! Glaub mir! Rechts unten, guck jetzt! Sag mir dann, voila, sag mir dann! Genau so! Genau so! Genau so! Genau so! Genau so! Ich hab's schon gesagt! Ich hab's schon gesagt! Jetzt steht's 1-1. Also, meine Prediction ist ein bisschen anders, aber glaub mir, es wird knapp sein. Aber ich weiß, Kirchheim gewinnt heute. Schon 1-1. Zedick hat seinen Elfmeter geschossen. Ihr habt meine Prediction schon gehört. Ich hab richtig prediktet. Also jetzt ist Trinkpause. Wir gucken weiter jetzt. Ich hab's noch mal! Hör zusammen! Hör den Fiefer! 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 Ja! Muttaai! Überstecker, überstecker! Also ich war so! Schwer rein glaub, ne? Ey, glaub mir! Passt doch. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Jetzt ist Halbzeit. 1-1. Also meine Prediction ist ein bisschen falsch, aber egal. Es ist gleichmäßige Zedro. Egal, vielleicht wird es 2-1-2-mal. Warum lachst du? Warum lachst du? Ich schwöre das. Das war's total. Findet ihr Minecraft? Der ist dumm. Und du hast gut gedreht. Der ist dumm. Gutes Ball gemacht. Ich weiß nicht, mit meiner Sprungkraft habe ich eine Brustannahme. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Brustannahme. Bumm. Gut geklärt. Also, jetzt. Sonne, 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 Sonne. Ray muss gut aussehen. You get me. Ray muss gut aussehen. Ich finde, mein lieblicher Spieler ist Spiel Nr. 19. Kommt jetzt rein. Ich weiß, welche Position er hat, aber wir gucken jetzt, wenn er was zeigt. Lieber nur lieblich, wenn er nicht zeigt. Er hat das so gut. Sit, komm. Start für die, Junge. Auf geht's, Junge. Auf geht's, Junge. Auf geht's, Junge. Auf geht's, Junge. 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 Wie sieht's an? Junge. Nein. Ich hab keine Ahnung, warum war. Ich hab's perfekt gesehen, dass er noch mit dem Kopf dran war. Und jetzt ist Ruhe. Aber Freunde, ich will nichts mehr hören. Ich will nichts mehr hören. Aber Freunde, ich will nichts mehr hören. Aber Freunde, ich will nichts mehr hören. Weiter, Freunde. Krieg's mal nicht so auf, ey. Auf geht's, Junge. Junge. Okay. Jawohl. Hey. 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 Gut schon. Ich hab's gesagt, schon, ich hab's gesagt. Das ist alles, was ich weiß, hier. Ein. 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 Nicht fest dabei. 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 Der Tor war jetzt der Beste! Der Tor war uns behindert! Wir sind jetzt in der Verlängerung. 1-1 immer noch. Die Motivation in der zweiten Halbzeit war nicht so krass. Aber das erste war schon krass. Zedic hat ein Tor. Die haben ein Tor. Also bis jetzt. Der hat mehr Chancen. Schon drei Chancen am Tor verfehlt. Bei unserem Torwart ist das Respekt. Aber ich glaube, wir haben immer noch Hoffnung, dass sie gewinnen. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, ihr wisst, was die Konsequenz ist. Wir werden runter. Wir gehen in Verbandsliga. Und es ist traurig dann, dass Zedic nicht mehr in der Oberliga spielt. Aber egal. Wir wissen, wir gewinnen. Und vergiss nicht zu liken. Wie ist der? Kommentiert. Was ihr gerne wollt und so. Jo. Nein, wir haben ganz immer noch zwei jetzt. Ja, bleibt mal locker oben. Schauen wir jetzt zurück. Tor. 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 Ja. Endlich. Zwei eins. Endlich. Endlich. Ich dachte, wir aus. Ganz ehrlich. Aber einfach Tor. Das Wallach. Ja. Ey, watch. Der Torwart ist vorbei! Oh mein Gott! Heute ist sein Tag! Heute ist sein Tag! Heute ist sein Tag! Oh mein Gott! Mach ruhig! Mach ruhig! Ab geht's! Super! Kommt! Kommt! Er hat geschossen! Er hat geschossen! Hey, hey! Hau ihn hoch! Ja! 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 Scheiß Ball raus, mein Alter! Ja! Ja! 15 Minuten! Ja! 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 Er fress den Mann! Geh mal los! Geh mal weiter! Torwart hält alles so gut, alles so gut. Er macht Sprüche, er macht sowas. Geh mal los! 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 Also 3-2 für den, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Einfach von 2-1 zu 3-2. von ja ja Er hat ihn geschubst, ich schwöre, er hat ihn geschubst. Nein, nein, es geht nicht, ich schwöre, es geht nicht, es geht nicht. Ihr habt es gehört, wir haben verloren, genau 3-2, 2-1-0, dann 1-1, dann 2-1 für uns und von nirgendwo, weil das Tore tut mir so leid, einfach zwei Tore kassiert. Also das zweite Tor von denen war wirklich unverdient, einfach ausgerutscht, Tor teilt jetzt, also ich schwöre, es ist traurig, ich könnte selber heulen, ich habe schon mal mitgespielt, ich könnte wirklich heulen, aber egal, das war es vom Video, like bitte, weißt du, macht es für uns, guck mal, die Armen, wenigstens kriegen wir etwas, weißt du, die sind jetzt Verbandsliga und guck mal, wenn die jetzt Verbandsliga sind, oh, gleichzeitig, guck mal, wir haben es verloren, aber ihr könnt uns jetzt helfen, glücklich wieder zu werden, um zu liken, um zu abonnieren, glöck aktiv, ihr wisst, glöck aktiv, sehr wichtig, wenn ihr das nicht macht, ne, kommt ihr nicht mit, aber wenn wir Videos draus reden, und ich schreibe mir jeden Tag Instagram, wann kommt ein neues Video, Videos kommen, aber ihr wisst nicht, das war's. Bis zum nächsten Mal.